Don Quixote III. Gegen dreißig Riesen und mehr Stolz trabte der edle Ritter Don Quixote von La Mancha auf seinem dürren Klepper des Weges. Sancho Panza ritt hinterher auf seinem Esel, rauchte aus seiner kurzen Pfeife, blies ungeheure Dampfwolken in die Luft und träumte sich dabei als König einer Insel. Als er dann an seine Frau, die zukünftige Königin, dachte, begann er laut zu lachen. Und wenn Gott tausend Kronen vom Himmel regnen ließe, keine wird auf den dicken Kopf meiner Marie passen. Währenddessen war eine ganze Reihe Windmühlen in der Ebene sichtbar geworden. »Freund, das Glück lächelt uns, mehr als wir hoffen konnten«, rief Don Quixote seinem Knappen zu. »Dort stehen dreißig und noch mehr ungeheure Riesen. Ich werde ihnen entgegenreiten und mit ihnen kämpfen auf Leben und Tod.« »Wenn das Riesen sind«, erwiderte Sancho Panza, »so will ich in meinem eigenen Fette gebraten werden. Es sind nur unschuldige Windmühlen.« Aber Don Quixote ließ sich nicht beirren, reckte sich in den Steigbügeln hoch auf und rief, »Dort stehen sie und schwenken ihre gewaltigen Arme, die wohl eine Meile und darüber lang sind. Es wird eine Ruhmestat sein, solch ungeschlachte Riesen von der Erde zu vertilgen. Ich werde ihnen allen das Lebenslicht ausblasen.« Bei diesen Worten gab er seiner mageren Rosinante die Sporen und rief den Windmühlen zu, »Steht, ihr elenden, feigen und unförmigen Geschöpfe! steht, ein einzelner Streiter naht, um euch die Stirn zu bieten und euch in den Staub zu werfen!« In diesem Augenblick erhob sich ein Wind, der die Flügel der Mühlen in Bewegung setzte. Don Quixote nahm dies für eine Antwort und Herausforderung und schrie voller Kampfbegier, »Und wenn ihr so viel Arme ausstrecket wie der hundertarmige Hühne Barreus, so werde ich euch doch besiegen!« Der kühne Recke machte sich zum Kampf bereit, gedachte seiner hohen Gebieterin Dulcinea von Turboso, empfahl sich ihrem Schutze in der bevorstehenden Gefahr, riß den Schild vor seine Brust, legte die Lanze an und sprengte in gestrecktem Galopp gegen die nächststehende Windmühle vor. Er rannte gegen einen Flügel, den der Wind gerade empor drehte, und schon nahm dieser ihn und seine Rosinante ein Stück mit in die Luft. Als beide, weit in das Feld geschleudert, wieder auf der Erde anlangten, waren sie von dem Sturze übel zugerichtet. »Du großer Gott!« rief Sancho Panza und eilte seinem Herrn zu Hilfe. »Habe ich euch nicht gesagt, daß es Windmühlen sind und keine Riesen?« »Still, still, Sancho Panza!« ächzte Don Quixote mit matter Stimme. »Ich sehe wohl, daß alles Kriegsglück unbeständig ist. Irgendein boshafter Zauberer muß die Riesen in Windmühlen verwandelt haben.« »Der Himmel möge geben, edler Herr,« erwiderte der Knappe, »dass euch nicht alle Knochen im Leibe zerbrochen sind.« »Und wenn sie es wären, ich dürfte nicht jammern und klagen,« stöhnte Don Quixote, »weil es einem tapferen, fahrenden Ritter nicht geziemt.« »Ein Held klagt nicht, und wenn ihm auch die Gedärme aus dem Leibe hingen.« »Darauf läßt sich nichts sagen,« versetzte Sancho Panza und kletterte auf seinen Esel. Sein Herr hatte das Gleiche getan, doch hing er mehr, als daß er saß im Sattel seiner Rosinante. Der Knappe öffnete den Schnappsack, langte tüchtig nach den guten Happen und hob häufig und kräftig den Weinschlauch. Don Quixote, der weder Durst noch Hunger empfand, lehnte jede Teilnahme ab und hörte bald seinen Begleiter hinter sich vernehmbar auf seinem Reittier pusten und schnarchen.